Ich verpasse meinen Termin wegen dir, weil ich dich zur Schule bringe und dann haust du da ganz einfach ab. Deine Mutter hat sich auch in Luft aufgelöst. Ich war bei euch zu Hause. Wo kann deine Mauer denn sein? Ohne mein Männlein kann ich nicht reinschlafen. Was? Du musst mein Männlein holen. Ohne euren Schlüssel kann ich gar nichts holen. Aber wir haben doch einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Willst du mich heiraten? Hörpäi, hallo. Oh, Paps. So einfach geht das nicht bei uns. Mein Paps, der muss dich erst mal kennenlernen. Also morgen, der geht ins Bad und du gehst da auch hin. Du musst ihm auf jeden Fall gefallen, okay? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Hausun jung, wenn du dir nicht glaubst. Hab Sasun. Bis zum nächsten Mal. Und da. Untertitelung des ZDF, 2020